Willkommen auf Antigua, ne? Schöne Insel, Alvarez, muss mit dem reden. Ich habe mich etwas an die hinten vorbeigeschlichen, als ich eigentlich noch auf den Friedhof gehen wollte, um die mutterigen Knochen für Emma abzuholen. Da rollen irgendwelche Eier rum. Das soll ein Friedhof sein. Ich habe Friedhöfe gesehen, die waren viermal so groß. Und dort lagen mindestens vier Personen pro Grabstein im Grab. Das hier ist doch Platzverschwendung. Ja, das ging nämlich schnell. Dann hätten wir das nämlich auch abgeschlossen und das finde ich immer gut, die Sachen abzuschließen, weil sonst vergisst man sowas auch gern mal wieder. Und dann müssen wir später wieder zurücklaufen und ihr wisst das dann. Backtracking und so. Da dauert dann alles so lang. Deswegen lieber so schnell wie möglich alles in einer Reihenfolge durch waren. Mal schauen, wie es immer geht. Ich habe ja die super tollen Zutaten für sie am Start. Hallo? Ist da jemand? Ja, ist jemand da? Nein, was? Warum liegt? Es ging im Größen 2. Da müssen wir jemand in der Nähe vom Bett sein. Hey, hallo? Ich werde angegriffen. Ich bring dir deine Scheiße. Benimm dich, solange du hier bist. Was das Heilmittel angeht. Ich habe die Zutaten, die du wartest. Ich danke dir. Dann lass mich sofort ans Werk gehen. Ich glaube, der Trank zeigt Wirkung. Es wird noch eine Weile dauern, bis ich wieder die Alte bin. Nimm dies als Belohnung. Du kannst auch einen Blick auf meine Waren werfen. Kannst du mir etwas beibringen? Klar. Tränke braunen Alchemie. Pulversalm elixiert für alle Lebenslagen. Bei dir wirken sie besonders gut. Dein Talentwert steigert sich um 10. Wirks unnötig. Kreole. Piratenanhänger. Schädelamulett. Warte, sind das neue Sachen? Aber ich habe noch, glaube ich, jede Menge neue Ringe und so weiter. Nein, so weit wollte ich nicht zurück. Kristallring, genau der da. Aber das brauchen wir nicht. Der kann nix. Taschendiebstahl. Naja, auch alles nix. Wir reisen schnell dahin, weil da ist es nicht mehr so weit zu Alvarez. Abkürzen ist die Devise. So, habe ich jetzt eigentlich schon drei Kristalle? Ah ja, hier. Hier hast du deine drei magischen Kristalle. Oh, das ist ja... Danke. Wie hast du das gemacht? Das wirst du doch gar nicht wissen, oder? Äh, ich bin trotzdem froh, dass ich bei meiner Mission hier in Natigur einen weiteren großen Erfolg verbuchen konnte. Das ist ja die Hauptsache. Hier hast du den Lohn für deine Mühen. Ah ja, das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Danke. Was wirst du nun tun? Ich bleibe erst mal hier und versuche den Piraten beim Wiederaufbau ihrer Hafenstadt zu helfen. Mein Gefühl sagt mir, dass diese Insel noch eine wichtige Rolle im Kampf gegen das Böse spielen wird. Viel Erfolg auf deiner Reise, mein Freund. Aber wenigstens geben sie mal... Lassen die mal Gold springen. So wie ein Vorgänger. Du hast irgendwas gemacht. Hier hast du 20 Gold und gebt mich alles auf einmal aus. Na endlich. Wo bleibst du denn? Ich warte schon seit Tagen. Freut mich auch, dich zu sehen. Lass den Unsinn. Wo warst du? Auf Schatzsuche. An der Krabbenküste. Was zur Hölle hat dabei denn so lange gedauert? Ach, nichts Wesentliches. Ich bin gestorben. Was? Na, ich war tot. Moment. Moment mal. Das musst du mir genauer erklären. Am besten wir besprechen alles weitere drinnen. Komm mit. Du musst mir alles ganz genau erzählen. Eine Höhle aus Fels? Nicht Fels. Sie kommt aus den Untiefen der Erde, getrieben von der Macht des Schattenreichs. Am Ende der Höhle stand ein Portal aus reinstem Kristall. Die Schattenwesen benutzen diese Portale, um auf die andere Seite zu gelangen. Durch sie erhalten sie ihre Befehle vom Herrn der Unterwelt. Die Höllenhunde. Nicht nur die. Aus den Portalen entsteigen noch weitaus schlimmere Kreaturen. Leider ist das nicht das einzige Problem, das wir haben. Schon seit Wochen liegt kein einziges Schiff mehr in unserem Hafen an. Es ist fast so, als ob wir völlig von der Außenwelt abgeschnitten wurden. Wir sahen eine Flotte von Geisterschiffen nicht weit von hier kreuzen. Was sagst du da? Geisterschiffe? Es ist Crow. Er ist zurück aus dem Schattenreich. Ich hab es geahnt. Der alte Fluch wird uns alle einholen. Das ist kein Fluch. Es ist ein Angriff. Wer zur Hölle hat denn so große Macht? Du musst es herausfinden, bevor wir alle untergehen. Ich brauche Proviant und Ausrüstung. Du weißt genau, was da draußen los ist, mein Junge. Kümmere dich doch erst einmal um die verfluchten Höllenhunde da draußen, bevor sie alle töten. Warum muss man denn alles selber machen? Wie schlimm sind die Verluste durch die Höllenhunde? Was soll ich dir sagen? Ich hab bisher nur die Leiche des Büchsenmachers Donovan unten auf dem großen Platz gesehen. Wer überhaupt noch lebt, kann ich nur vermuten. Am besten du beeilst dich und hilfst ihnen, bevor es sie alle erwischt hat. Na schön. Höllenhunde sind genau mein Ding. Am besten du suchst nach den Überlebenden und fragst sie, wo man sie finden kann. Die Bieste haben sich fast überall eingenistet. Habe ich das nicht alle schon gemacht? Ich habe einige Höllenhunde erledigt. Wo genau? Ah, viele. Donovans Mörder sind Geschichte. Ein tragischer Verlust. Er war der beste Büchsenmacher, den ich je gekannt habe. Und jetzt gibt es auch keinen mehr, der Kugel verkauft. Am Oststrand waren zwei. Hm, Mistviecher. Gut gemacht. Ich fand einige Höllenhunde auf dem Weg vom Weststrand in die Hafenstadt. Und? Sind sie tot? Selbstverständlich. Wunderbar. Gute Arbeit. Der Blutschwurplatz ist sauber. Gut. Die Bieste haben mich am meisten gestört. Das Lagerhaus ist ausgeräumt. Was denn? Im Lagerhaus waren sie auch? Boah, das hätte ins Auge gehen können. Gute Arbeit. Ihr habt das scheiß Dach angezündet. Wäre es bei euch falsch? Ich denke, das war's. Deine Stadt ist gesäubert. Sehr gut, mein Junge. Ich dachte schon, das war's jetzt mit meiner schönen Hafenstadt. Ja, wäre schade drum. Genau. Und darum müssen wir sie wieder aufbauen. Das klingt, als hättest du einen Plan. Wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen frisches Blut. Wir sind sicher nicht die einzige Gemeinschaft, die ums Überleben kämpft. Wir müssen die anderen dort draußen zu einer Allianz mit uns bewegen. Oh. Genieß dein Dasein, solange du noch kannst. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Deine Seele gehört bald mir. Das hat er jetzt natürlich gehört, oder was? Äh. Der Piratenkodex. Wenn ich den mitnehme, werde ich dann verprügelt. Was machst du da? Bin gerade beschäftigt. Der große Murray. Irgendwann kriegst du nochmal Ärger. Hör mal an die Klappe. So, wo ist denn Alvarez jetzt hier? Wie steht's jetzt mit Ausrüstung? Alles, was ich dir geben kann, ist dies hier. Das ist alles? Was erwartest du? Wir leben in schweren Zeiten. Komm schon. Na gut. Ja, hast du noch was? Aber wenn du noch mehr willst, dann musst du schon mehr dafür vorweisen, als ein paar Höllenhunde, klar? Klar. Eine Allianz? Mit dem Piratenhauptquartier Antigua? Warum denn nicht? Waren wir es nicht, die die Welt vor der sicheren Vernichtung durch die Titanen retteten? Sind wir es nicht gewesen, die bis zum großen Kampf gegen Mara noch auf den Meeren segelten? Äh, wir? Was genau meinst du mit wir? Na schön. Zugegeben. Die anderen Gilden waren auch nicht untätig. Es waren alle untätig. Ich war tätig. Also, die andere. Das klingt nach einer großen Aufgabe. Das ist es auch. Das Schlimmste wird sein, vorerst Ruhe zu bewahren. Wir dürfen uns nicht schon in den ersten Scharmützeln gegen Crow und seine Flotte aufreiben. Du bist jetzt unser bester Mann. Du wirst für uns alle sprechen. Du wirst die Kapitäne der Schiffe der anderen Gemeinschaften in unseren Hafen führen. So lange, bis wir genug Schlagkraft gegen die Flotte der Geisterschiffe dieses verdammten abtrünnigen Crow versammelt haben. Erst dann werden wir zum Gegenschlag ausholen. Okay. Ich werde die anderen Kapitäne zur Allianz mit Antigua überreden. Gut so. Ich werde unsere Stadt auf die neuen Besucher vorbereiten. Mögen sie zahlreich sein und mit ihrer Kampfkraft unseren Hafen verteidigen. Und wenn du schon einmal dabei bist, dann schließe dich gleich einer ihrer Gemeinschaften an. Wir können dabei nur von ihren Stärken profitieren. Ein Wort noch zur Piratenallianz. Schieß los. Was ist mit dir? Kannst du nicht auch ein hochseetaugliches Schiff beisteuern? Das letzte Schiff, was längere Zeit in meinem Hafen vor Anker lag, war der Kahn von Captain Morgan. Morgan? Du redest von Slanes Schiff? Morgan war doch nur sein Steuermann. Tja, nach Slanes Ableben ergriff er das Kommando an Bord des Schiffes. Seitdem streift er über die Meere und plündert und brandschatzt alles, was ihm vor die Kanonen kommt. Vielleicht sollte man morgen zurückpfeifen. Er und die alte Crew von Slane wären doch bestimmt eine Bereicherung für unsere Sache. Ach, das schlagt dir mal aus dem Kopf, mein Junge. Seit Morgan Blut geleckt hat, ist er nicht mehr zu halten. Du würdest ihn nicht wiedererkennen. Wir werden sehen. So schnell schreibe ich ein so tolles Schiff nicht ab. Wie du meinst? Ich muss mir das ja nicht ansehen, wie ihr euch beide aufreibt. Äh, der Morgan? Das war doch nur der Ersatzkapitän, den ich vorhin gefunden habe, ne? Naja. Wo kann ich morgen finden? Er ist irgendwo da draußen mit seinem Kahn. Wahrscheinlich wird er dich zuerst finden. Welche Gemeinschaften stehen für dich auf der Liste? Der Rat der Kapitäne ist geschwächt. Wir können hier jeden gebrauchen, der ein Schiff hat und es führen kann. Da mache ich keinen Unterschied zwischen einem keulenschwingenden Eingeborenen oder einem bücherlesenden Magier. Solange sie nur genug Mumm in den Knochen haben, um unsere Sache zu unterstützen und sich gegen Crow und seine Geisterschiffe zu stellen. Verstehe. Alvarez, bescheidene Hütte. Wir brauchen die erst, wenn wir genug Kampfkraft... Hä, ich muss heute doch mit dem einen reden. Äh, naja. Ich finde einen Haufen Teleportersteine, aber irgendwie nirgends was, wo ich die einsetzen kann. Sein Schuldenberg vertrieb ihn aus Antigua. An seinem letzten Abend erzählte er jedem, dass er eine vergoldete Kugel gefunden hätte und nach Taranis aufbrechen würde. Als er zurückkam, hatte er einen riesigen Sack voll Gold. Hm. Die goldene Kugel. Oh, ein Fingerknochen. Verdammter Sieb! Dich hole ich mir! Ha! 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 Ich will gar nicht kämpfen. Ich hau mal ab. Gibt es eigentlich wieder sowas wie hier Witz zu zählen? Wir brauchen die unter... Erst, wenn... War der... Der Fingerknochen war das zufälligerweise ein, äh... Sammelstück? Ja, Fingerfertigkeit, bloß 4, 5. Sehr schön. Äh... Gut, dass die, äh... So schnell wieder alles vergessen. Da kann ich die Voodoo probieren. Ja, wenigstens das ging. Wenigstens das. Sowohl ist jetzt hier die, äh... Scarlet. Hm. Beziehungsweise ich kann ja eigentlich jetzt mal mit dem Typ aus der Taverne ins Inland reingehen. Oder? Ich gucke mal noch mal kurz in die Quest-Nachricht an Winsen und Schattenwesen im Hinterland anzug. Schattenwesen im Hinterland sollen es sein. Das geht hier ruckzuck heute, ne? Dann geh du vor. Ich folge dir. Gut, aber lasst mich nicht auf euch warten. Auf geht's. Komm Junge, wir kriegen was zu tun. Bei dem Kerl habe ich ein ziemlich mieses Gefühl. Sehr gut. Das beruhigt mich. Das ist ein Lappen. Möglicherweise. Kann da nix. Öh... Oh. Ist der Finger mal nicht lang genug? Lege dir eine kleine und feine Zange zwischen die Finger. Damit kommst du besser an das Objekt der Begierde. Nur richtig gute Schmiede können so etwas herstellen. Ich kannte mal einen auf Taranis. Gordon war sein Name. Das werde ich mir merken. Die kleine Greifzange. Sorry, ich war kurz abgelenkt von einer, äh, von einer Tür. Ich gehe voran. Der hat einen Knüppel. Finde ich gut. Ui. Ich denke, ab hier wird es gefährlich. Da vorne sitzt doch ein Typ. Habt ihr Angst? Äh, fragt wer? Ja, 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 schon gut. Ich will nur sicher gehen, dass ihr nicht beim ersten harten Kampf die Flucht ergreift. Lass die Sprüche. Geh lieber weiter. Gut. Bleib dicht hinter mir. Da hockt noch einer. Red erst mal mit ihm. So, wer bist du? Hey, dieser Flecken Erde hier gehört mir. Also glaub ja nicht, dass ich ihn hergebe. Das kannst du auch gerne deinen Freunden in der Hafenstadt sagen. Ich bin nicht hier, um dich zu verjagen. Nicht? Was machst du dann hier? Ich bin auf der Durchreise. Tja, genau wie ich. Nur mich will ja niemand hier haben. Sei's drum. Warum denn? Für Typen wie mich gibt es hier einfach keine Zukunft. Warum bist du nicht in der Hafenstadt? Ich bin ja schon dort gewesen. Hab sogar diesem alten Fettwands-Spencer meine letzten Goldstücke in den Rachen geschmissen. Aber kaum willst du mal ein paar Flaschen Rum anschreiben lassen, wirst du vor die Tür gesetzt. Ein Scheißleben, sag ich dir. Da drin, da über, die haben keine Leute mehr am Start. Aber wenn einer mal einen zu viel gesoffen hat, der wird direkt rausgeschmissen. Es gibt Schlimmeres. Du hast leicht reden, deine Taschen strotzen sicher voll Gold. Aber wenn du nichts auf der hohen Kante hast, ist es ziemlich schwer, über die Runden zu kommen. Hätte ich wenigstens mein altes Zeug, dann könnte ich einen Neuanfang wagen. Was ist mit deinem Zeug? Na ja, einen Teil habe ich versetzt, um an Gold zu kommen. Was bleibt einem sonst auch übrig, wenn dir die Kohle fehlt? Und der Rest ist in den Händen dieser Halsabschneider. Ich muss es irgendwie zurückkriegen. Wem hast du deinen Krampel überlassen? An die fressen erinnere ich mich noch genau. Warte mal. Meine guten Klamotten habe ich für ein paar Goldstücke beim Lagermeister Flynn versetzt. Der hat das Zeug sicher gut verschnürt im Lagerhaus rumliegen. Und der Wirt Spencer trägt meinen Goldbeutel am Hosenbund. Aber ich will verdammt sein, wenn er ihn behält. Der Beutel war ein Geschenk meiner Mutter. Ja, außerdem hat einer seiner Schläger mir meinen Degen abgenommen. Das gute Stück verrostet jetzt sicher in irgendeiner staubigen Ecke. Den habe ich mir nicht geschenkt. Ich sehe mich nach deinem Zeug mal um. Was? Wirklich? Warum würdest du das tun? Weil du sonst als Futter endest. Futter? Ja, halbe Hemden wie dich verspeisen diese Höllenhunde zum Frühstück. Verdammt, dann beeil dich bloß. Bringen mir mein Zeug und ich schau mal, was ich abdrücken kann. Deal? Deal. Sehr schön. Sorry, ich muss dich gerade noch mal mit dem Vieh reden. Und eine Geisteflugung einsammeln. Blümchen sammeln. Lass uns weitergehen. Warum Nebel ist hier eigentlich so? Noch so ein Schattenbiest. Ist ja noch so ein Schattenbiest. Das ist noch nie welche, die sehen. Das sah früher aber auch anders aus hier. Teil 2. Schön noch den Finisher rausgedrückt. Ups. Geh weg. Will ich hier was nüten? Deswegen nebens hier. Weil ich hier so in der Schattenwelt muss. Ich finde... So, das ist gerade für mich. So, schwierig. Oh, das war's. So, aus dem Wasserfass zu trinken, das bringt wenigstens mal richtig was. Wenn du in Gothic 3 gehst, hast du ja mal starke 2% von deiner maximalen Lebensstrategie gebracht. Das war so richtig. Ich habe kein Fleisch zum Braten. So. Da ging's doch nicht so steil den Berg rum. Hier wird es langsam ungemütlich. Ja. Das ist nicht mehr das Antigua, das ich kenne. Jemand hat hier ganze Arbeit geleistet. Die Schatten. Das schwarze Land breitet sich immer weiter aus. Kommt. Das sehen wir uns genauer an. Folgt mir. Ich geh voran. Na? Normalerweise, wenn hier irgendwas rumfliegt, kann ich immer was einsammeln. Lass uns weitergehen. Ich habe sogar den anvisiert, aber irgendwie muss ich den anderen geschlagen. Okay. Es sind zu viele hier. Zwei nach dem anderen machen. Fuck. Oh, ich werde mir aus meinem Schuss dran geschützt. Oh, ich werde mir aus meinem Schuss dran geschützt. Ah, das war die Druckwelle, wo ich vorhin war. Ab mit dem Kopf. Lol. Schön auf den Berg runtergeschmissen. Okay, irgendwie liegt der auf der unsichtbaren Mauer. Komm, lass uns weitergehen. Bei allen Geistern. Es ist viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Und das ist erst der Anfang. Die dämonischen Krieger sind erledigt. Du hast recht. Die Insel wird in der Tat von einer größeren Bedrohung heimgesucht. Hm. Ich hab's doch gewusst. Das schwarze Land scheint ganz allmählich die ganze Insel zu verschlingen. Ja, und ich werde es aufhalten. Alleine. Genau. Kleiner Anfall von Größenwahn. Das soll nicht weiter eure Sorge sein. Ich hab gesehen, was ich sehen wollte und muss nun handeln. Ich werde nach Kalador gehen. Die Dämonenjäger dort werden wissen, was zu tun ist. Vielen Dank für... Was auch immer. Aber nun muss ich alleine weiter. Gehabt euch wohl. Wie? Jetzt gehst du einfach? Was habt ihr erwartet? Eine Freundschaft fürs Leben? Langsam, Freundchen. So einfach kommst du mir nicht davon. Wir haben hier noch einen Job zu erledigen. Ich bin fertig mit Antigua. Ich will endlich in meine Heimat. Meine Vorfahren kommen aus Kalador. Aber ich selbst war niemals dort. Ich will die Wurzeln meines Geschlechts kennenlernen. Und sie in ihrer Sache unterstützen. Aber dazu bräuchte ich ein Schiff, um dorthin zu gelangen. Ich habe ein Schiff. Hm. Tatsächlich? Naja, es ist nur eine alte Schaluppe, aber immerhin ist sie hochseetauglich. Und zuverlässig. Bisher hat sie mich nie im Stich gelassen. Hm. Was würde mich die Überfahrt nach Kalador denn kosten? Hm. Ach, die 100 Gold brauchen nichts, wenn du mir hier und da mal aushilfst. Gut, dann zeigt mir euer prächtiges Schiff. Eine Bedingung habe ich noch. Was denn noch? Lass die dämliche Anrede. Ich komme mir vor wie eine Hofschranze aus Kaldera. Hm. Ich denke, das lässt sich einrichten. Gut. Mein Kahn liegt hier im Hafen vor Anker. Wenn du ablegst, werde ich an Bord sein, Kapitän. Sehr schön. Jetzt haben wir den auch auf dem Schiff. Äh. Nachrichtenpiraten. Das muss ich noch machen. Vielleicht mache ich den auch direkt mal an. Äh. Den Quest. Ich glaube, hier muss man sowieso wieder zurückkommen. Mehrmals. Guck mich nur ein bisschen um. Hallo? Oh. Bleibt einfach stehen. Boah, die Kiste. Die läuft einfach hinterher. So wie bei Dark Souls. Quasi ein Imposter. Jetzt schlage ich nur Shed-Line. Er geht nicht mehr auf. So. Ich gucke mich noch so ein bisschen um. Damit ich so grob weiß, was hier noch so auf mich wartet. Mal auf die Karte gucken. Okay. Antigua ist jetzt nicht die größte Insel. Gut, war sie früher auch noch nie. Aber ist dann noch kleiner geworden. Hier kann man überall nirgends mehr hin. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Nicht da runterfallen. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Das tat weh. Also mir nicht. Aber man kann hier, glaube ich, viel rumklettern. Auf Antigua. Mal schauen. Vielleicht kann ich auch hier hoch. Ja. Tatsache. Aber ich glaube, das bringt nie so viel. So, okay. Ey, da fällt man einen Millimeter nach unten und schon hat man Milliarde HP abgezogen. Wie haben wir denn da hinten? Sheldon. Erstmal die Drohung. In aller Ruhe. Schön. Schattenklinge mitnehmen. Oh, und zwölf Kugeln. Zwölf Kugeln ist ein Mehrwert wie alles andere in der Kugel. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Ich glaube, sie ist abgestürzt. Will mir das Spiel damit was sagen? Naja. Wir sehen's gleich. Wir sehen's. Bis zum nächsten Mal.